Hier, den müssen wir platzieren, gell? Ah, Sie werden grüßt, der Engst noch nicht glaubt. Die Hintern, die sich konzentriert, die Reiterin an der Strache. Enten aus auch kein Problem, was hier auffällig ist, dass das Gehirn noch so ein bisschen vorsichtiges Blatt in den Strom herantastet. Hier, den Fass unterläuft. Das ist natürlich bei jedem Strom. Einiges im Grunde. Wurde gemacht. Jetzt noch einen Strunk mehr gehabt. Wird sehr schön strich galoppiert. Zwei Sprünge ab. Die Müsse. Wird überhaupt kein Problem. Die Wendung. Und der letzte Sprung. Ist hier eine. Und sie ist zuhause. Und die wird rote. Sieben. Die hergenommen wird. Zwei erste Plätze. Sieben. 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 Sieben.